Benelli Scarabeo So hässlich, dass es schon fast wieder schön ist, sieht man nicht mehr viel. Und eine Vespa, das ist aber schon die 90er mit dem Kunststoff hier. Das ist auch nur 50 Kubik. Piaccio Ciao, ein Rahmen. Was haben wir da jetzt? Oh, sehr antik. Hier sind noch einmal zwei Piaccio Ciao. Schön, rot ist richtig schön. Und was ist das da an den geilen Rädern? Motobi? Noch nie gehört Motobi, noch nie gehört. Noch einmal ein Benelli. Oh, das sieht aber geil aus. Das sieht aber ganz geil aus. Das müsste man jetzt so in Schaufenster stellen, das wäre ja am coolsten. So wie es ist. Patinapo. Nicht mal den Satten gerade wiegen. Das kleine Benelli. Kleine Räder. Da hinten ist doch ein Dante im Fahrrad. Ein Pony okay. Ein Pony okay. Ein Grillo. Ein Piaccio Grillo. Geil. Wo ist der Stab? Mega Stab drauf. Aber diese Honda ist geil. Diese Honda mit den kleinen Rädern. Mega 50 Kubikgarten. Cooler geht es nicht. Sehr schön. Dummes. Das ist ja auch da. Noch nie gesehen. Sehr, sehr cool. Soo. Je mag nicht. whirlmöhhh. He wishes armen.